Svijaschsk in der Republik Tatarstan ist ein einzigartiger und malerischer Ort, der eine reiche Mischung aus Geschichte, Kultur und Naturschönheiten bietet. Als Insel in der Volga ist Svijaschsk für seine atemberaubende Landschaft bekannt. Die Insel Svijaschsk ist von großer historischer Bedeutung, da sie im 16. Jahrhundert als militärischer Außenposten diente. Jahrhundert als militärischer Außenposten diente. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausdehnung des Russischen Reiches und war Zeuge wichtiger Ereignisse jener Zeit. Heute ist sie dank ihrer gut erhaltenen architektonischen Sehenswürdigkeiten ein Zeugnis ihrer Vergangenheit. Naturliebhaber werden von der malerischen Umgebung von Svijaschsk begeistert sein. Die Insel ist von üppigem Grün umgeben und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Volga. Untertitelung des ZDF für funk, 2017